Ja, hallo liebe Leute, ich genieße gerade so richtig schön das herrliche Sonnenwetter, bin draußen gerade unterwegs und ich wollte euch frohe Ostern wünschen und schöne Feiertage sozusagen, mein Instagram funktioniert wieder, also ich kann wieder Bilder reinsetzen, da war vor kurzem mit dem Handy oder mit meinem Handygerät irgendwie kein Saft war da drauf beziehungsweise kein, ja ich konnte es halt nicht aufladen, mein Gerät, deswegen konnte ich keine Bilder reinsetzen in Instagram, bin aber froh, dass es jetzt auch wieder funktioniert und ja, also wie gesagt, ich bin gerade draußen, genieße das schöne Wetter und ja, werde es auch ein bisschen so Ostern noch ein bisschen ausklingen lassen, viel mache ich nicht an Ostern, ähm, ja, mal sehen, nächsten Monat macht wahrscheinlich auch das Freibad im Laufen auf, vielleicht gehe ich da mal wieder ein bisschen hin, weil warm ist es ja relativ schon geworden, also die Sonne wärmt schon richtig draußen. Also ich wünsche euch auf jeden Fall noch schöne Feiertage oder schönes Ostern, feiert mit eurer Familie oder mit Freunden, wie auch immer und ja, ich werde auf jeden Fall wieder verstärkt Instagram-Bilder reinsetzen, weil mir macht es einfach auch Spaß und Freude und wenn halt mal irgendwie was nicht funktioniert, weil die Technik nicht geht oder die Handys versagen, ist natürlich nicht gerade schön, aber schreiben könnt ihr mir ja trotzdem, also Kommentare sind ja immer erlaubt und liken könnt ihr auch, also das ist alles offen bei mir. Also genießt noch die schöne Osterzeit, das schöne sonnige Wetter und ich mache jetzt Schluss. Tschüss!